Die königlich-preußische Gewehrfabrik Sahn im ehemaligen Zisterzienserinnenkloster Sahn war von 1815 bis 1862 eine preußische Produktionsstätte für Handfeuerwaffen, Gründung und Betrieb der Gewehrfabrik. Nach der Aufhebung des Klosters Sahn durch den Regensburger Reichstag im Reichsdeputationshauptschluss von 1803 und etwa fünfjähriger Verwaltung. Durch die Franzosen übernahm 1813 gleich zu Beginn der Befreiungskriege die preußische Domänenverwaltung die Liegenschaft. Damit war der Weg frei für die Einrichtung einer Gewehrfabrik. Gründer war der aus Lüttich stammende Unternehmer Silvester Trenel, mit dem Preußen am 6. Januar 1815 einen Vertrag schloss. In seiner neuen Fabrik setzte er Produktionslinien vor, die von der Gewehrfabrik Essen aufgegeben worden waren. Ein Teil der Sahnerfertigung vollzog sich in Hattingen. Die Lage bei Müllheim an der Wasserstraße der Ruhr und die Nähe zum Rhein waren für die Auswahl des Standortes mit entscheidend gewesen. Konnten doch auf diese Weise Rohmaterialien wie Steinkohle und Stahl, sowie die fertigen Erzeugnisse schnell und kostengünstig transportiert werden. Auch wurde die Wasserkraft der Ruhr zum Antrieb der Maschinen genutzt. So zum Beispiel in Hattingen für eine Hammerschmiede und Bohrwerke zur Herstellung der Gewehrläufe. Das hattingere Hammerwerk der Ruhrmühle war auch Lieferant für die Essener Gewehrfabrik, die weiterhin Gewehrschlösser produzierte. Der Stahl kam aus der wenige Kilometer entfernten Dahlhauser Zeche. Die Hattinger Erzeugnisse verschiffte man auf der Ruhr flussabwärts zur Montage nach Saan. Verlegung der Gewehrfabrik Der preußische Staat kündigte 1840 den Vertrag mit Trennel und übernahm den Betrieb der Gewehrfabrik. 1858 wurde die Verlagerung in die neu errichtete königlich-preußische Gewehrfabrik Erfurt beschlossen. Der wichtigste Grund für die Verlegung war der wechselnde Wasserstand der Ruhr. Neben dem störenden Hochwasser führten vor allem sinkende Pegelstände, die die Mühlen stilllegten, zu Produktionsausfällen. Zweimalige Ausbaggerung der Ruhr 1853 und 1856 konnte das Problem nicht lösen. Als weiterer Grund galt die Nähe des Standortes zur französischen Grenze, was im Kriegsfalle schnell zu einer Besetzung der Fabrik hätte führen können. Die Erfurter Gewehrfabrik nahm am 28. September 1862 die Produktion auf und entwickelte sich rasch zum größten Arbeitgeber der Stadt. Kloster sahen nach Auszug der Gewehrfabrik. Ab 1874 nutzte die Tapetenfabrik Niederhof und Mpci einen Teil der Wirtschaftsgebäude. 1905 erwarb der industrielle August Thyssen die Klostergebäude, die er zehn Jahre später an die katholische Pfarrgemeinde sahen weiterverkaufte. Von 1919 bis 1920 war der katholische Fürsorgeverein in Müllheim Eigentümer. Die Stadt Müllheim übernahm 1936 die Anlage und richtete dort Wohnungen für ältere Ehepaare ein. Nach den Zeiten des Verfalls ab der 1920er Jahre und der kriegs- und krisenbedingten Untätigkeit begannen ab 1958 erste Sanierungsmaßnahmen. In den Jahren 1979 bis 1989 erfolgte dann die Restaurierung der kompletten Klosteranlage unter Sicherung des archäologischen Befundes. Heute gehört das ehemalige Kloster Saam zusammen mit Schloss Bräuch und der Petrikirche zu den bedeutenden Bau- und Kulturdenkmalen Müllheims. Untertitelung des ZDF für funk, 2017